Einen wunderschönen guten Morgen meine Lieben. Heute hier am 8.1. gibt es natürlich wieder ein Tagesorakel. Wie ihr seht immer wieder mit zwei Orakelkarten und meinem Lenormor-Deck. Ich beginne schon mal zu mischen, um in die Energie des Tages hinein zu kommen. Ich hoffe auch, dass ihr alle gut in den Tag starten werdet und wir einen positiven Tag zustande bekommen. Natürlich könnt ihr die Karten auch im Shop bestellen. Meine Lenormor-Karten einfach in der Infobox auf den Link klicken. Dort findet ihr auch meine zahlreichen Energiearmbänder, die ich für euch erstellt und energetisiert habe, sowie jedes Sternzeichen und auch ein Weiblichkeitsarmband mit Swarovski-Stein. Da dürft ihr gerne mal hineinschauen. So, was bringt denn dieser Mittwoch, was bringt dieser 8. Januar für uns? Wir haben einmal die Langsamkeit. Schalte einen Gang zurück. In der Ruhe und Gemächtigkeit liegt eine enorme Kraft. Das heißt einfach, dass du ein wenig von diesem wunderbar modernen, schnellen Alltag einen Gang zurückschalten solltest. Dir alles mal ein bisschen mit Ruhe anschauen solltest. Auch darauf achten solltest, dass du eventuell deine Energie bei dir behältst. Nicht immer in der Hektik enden und vor allem aber auch für dich selbst Dinge mit Besonnenheit und mit Überlegenheit zu betrachten, damit dort keine Differenzen entstehen. Dann haben wir nämlich Schulden bezahlt. Die Last und Gewohnheit alter Schulden wird von dir und deinem Leben genommen. Das ist was sehr Gutes. Das ist auch Vergebungsarbeit. Es sind Dinge, die gehen können. Das heißt auf jeden Fall, dass du Vergangenheitsthemen abschließen wirst. Das ist ein sehr, sehr positiver Wink, denn du persönlich bist immer so in der Blockade gewesen, dass dein Leben aus der Vergangenheit dich ab und zu noch ein bisschen gestoppt hat. Das wird heute genommen. Da kannst du heute deinen Erfolg herausziehen und wirst auch merken, dass du persönlich endlich wieder freier dadurch wirst. Aber natürlich wird es noch mal ein großer, großer Energieaufwand. Daher auch die Langsamkeit. So, dann haben wir hier noch mal auf jeden Fall den Rückzug zu sich selbst liegen. Das ist eindeutig. Also heute geht es speziell um dich. Du solltest deine Energie speziell bei dir lassen. Du kannst aber damit rechnen, dass der neue Anfang dann sehr, sehr positiv starten kann, weil du auch gewillt bist, alles neu zu starten in diesem System. Gerade auch Beziehungen können heute wieder von vorne beginnen oder es kann der Start einer Beziehung werden. Aber auch im Allgemeinen wird jede Sache abgerundet und wenn alte Schulden bezahlt sind, also alte Lasten gehen, dann kann auch die neue Festigkeit kommen und die soll heute deinen Tag begleiten. Auch die Festigkeit in dir selbst, die Treue zu deinen Worten, die Treue zu dir selbst, wird heute stark vom Belang sein. Morgen sehen wir uns live auf Facebook. Morgen früh bekommt ihr natürlich wieder ein Tagesorakel und auch wieder ein Special-Orakel. Bis dahin, macht's gut!